Hallo und herzlich willkommen bei BR24 live. Heute mit den aktuellen Ergebnissen des Bayern-Trends. Zweieinhalb Monate ist jetzt die Koalition von CSU und Freien Wählern im Amt. Außerdem haben die Vorwähle in Amberg bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Um diese Themen geht es. Zu diesen Themen haben wir die Bürgerinnen und Bürger befragt. Und bei mir darf ich begrüßen Andreas Bachmann, den Leiter des BR-Politik-Magazins Kontrovers. Andreas, du wirst das Ganze für uns ein bisschen einordnen. Und ich schlage vor, wir fangen mit dem aktuellsten Thema an, nämlich Amberg. Ich glaube, dafür müssen wir nochmal ganz kurz zusammenfassen. Amberg, kurz vor Silvester, am 29. Dezember, wurden da Passanten verletzt, angegriffen in der Innenstadt. Zwölf Menschen wurden verletzt durch Tritte und Schläge. Und die Tatverdächtigen, die dann auch sehr schnell festgenommen wurden, das waren vier Asylbewerber im jugendlichen Alter zwischen 17 und 19. Und die waren erheblich alkoholisiert zum Tatzeitpunkt. Und das Ganze hat dann zu einer Debatte geführt. Genau, das wurde natürlich gleich im politischen Bayern auch heftig debattiert. Und da wollten wir dann auch wissen, wie sehen denn die Menschen die Debatte? Es ging ja darum, ob man daraufhin jetzt Gesetze verschärft. Genau, das hat der Bundesinnenminister zuerst. Oder ob es reicht, dass man sozusagen die bestehenden Gesetze einfach nur strikter anwendet. Und da ist es ganz interessant, finde ich, was in der Umfrage rausgekommen ist. Denn die Bayern sehen das Ganze, ich glaube, so kann man es zusammenfassen, gelassen. Nur 35 Prozent sind dafür, dass die Gesetze weiter verschärft werden. Und 60 Prozent sagen, nein, es reicht, wenn die bestehenden Gesetze konsequenter angewandt werden. Also sozusagen, ja, kein aufgeregter Umgang mit dem, was da in Amberg geschehen ist. Dafür, dass die Debatte doch recht erhitzt war, eigentlich recht besonnen. Spannend dazu auch, wir fragen ja auch immer, welche Themen die Bayern besonders, also wo drückt der Schuh, ja, was treibt die Bayern um? Da ist Asylpolitik zwar auf dem ersten Platz. Es ist so, das ist jetzt schon seit einiger Zeit so. Aber wir stellen fest, dass es doch sozusagen immer weniger wird. 37 Prozent sind es jetzt noch. Das ist ein Minus von neun Punkten im Vergleich zu September des vergangenen Jahres. Und auch davor waren es schon einmal noch mehr. Also vor der Wahl war es irgendwie drängender noch, ne? Absolut, genau. Wichtig ist da noch der Hinweis aber, dass wir auch offen fragen. Also diese Frage wird nicht gestellt, dass wir eine Liste vorlegen und den Menschen sozusagen Themen vorgeben, sondern es ist eine ganz offen gestellte Frage. Was ist für sie das wichtigste Thema? Und dann kann jeder das sagen, was er möchte. Und das wird dann von den Interviewern am Telefon, die ordnen das dann sozusagen zu. Und ja, wie gesagt, Flüchtlinge, Einwanderung, Asyl an Position 1, an Position 2. Aber das Thema Bildung, Schule, Ausbildung auf Platz 3 Wohnen und Mieten. Interessant hier ist, dass es ein bisschen weniger geworden ist im Vergleich zum September des vergangenen Jahres. Und wenn man die Liste noch verlängern würde, dann käme da das Thema Infrastruktur, wo auch das große Thema Digitalisierung mit drin ist. Das hat dazu gewonnen, genauso wie das Thema Umwelt- und Klimaschutzpolitik. Das ist auf dem fünften Platz mit 13 Prozent. Das ist genau den Grünen zu verdanken. Absolut. Auch, wir haben es ja jetzt gesehen bei der Neujahrseinssprache des Ministerpräsidenten, dass dieses Thema einfach... Legt jetzt auch sehr viel Wert drauf. Oder hat es auf die Agenda gesetzt, das Thema? Genau. Das Thema wird so etwa nach oben geschwemmt sozusagen. Und das merkt man auch hier bei der Liste. Wie gesagt, auf Platz 5 inzwischen. Und ja, es ist sozusagen, bildet schon im Moment auch die Diskussion, denke ich, ganz gut ab. Ja. Ich würde sagen, bevor wir weitermachen mit den wichtigsten Ergebnissen, was immer wieder gefragt wird von euch auch, ist, wie kommt diese Statistik eigentlich zustande? Wie entsteht der Bayern-Trend? Wir haben das für euch in einem Video mal erklärt. Bon Appetit. Ich hatte auf eines Pl ain. Ja, das war schon wieder. Der Bayern-Trend ist eine repräsentative Umfrage und so verlässlich, wie eine Umfrage eben sein kann. Genau, wichtig ist der Hinweis nochmal, wie es eben auch am Ende des Videos zu lesen war, es ist eine Momentaufnahme, es ist eine politische Stimmung zu einem gewissen Zeitpunkt im Jahr. In dem Fall war es jetzt vom 3. bis zum 7. Januar haben wir gefragt, 1003 Bayerinnen und Bayern, die wahlberechtigt sind. Und es ist keine Vorhersage eines Wahlergebnisses, das muss man immer wieder dazu sagen. Aber es ist eben ein Gradmesser, ein Stimmungsmesser auch für die politischen Parteien. Und eine feste Größe beim Bayern-Trend ist die Sonntagsfrage. Also die Frage, wen würdet ihr wählen, wenn jetzt am Sonntag Landtagswahl wäre? Und da muss man sagen, also für die Grünen hat es ja mit der Regierungsbeteiligung nicht geklappt, aber heute haben sie ganz schön dazu gewonnen. Ja, also einer der großen Sieger des heutigen Tages sind sicherlich die Grünen, die nochmal im Vergleich zum Landtagswahlergebnis ordentlich was draufpacken konnten. 21 Prozent würden die Grünen wählen, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. Der zweite Gewinner dieser Umfrage sicherlich die freien Wähler, denen das Mitregieren offensichtlich gut tut. 13 Prozent, beide Werte sind All-Time-Highs, die wir im Bayern-Trend gemessen haben für diese beiden Parteien. Die CSU verharrt im Tief im Moment noch, 35 Prozent. Die AfD, auch das ist interessant, verliert 8 Prozent nur noch. Und die SPD, 9 Prozent, etwa eben auf dem Niveau der Landtagswahl. Da ist noch interessant, wenn man sich die anderen Zahlen des Bayern-Trends, die wir auch noch erheben, zum Beispiel Kompetenzwerte anschaut, dann stecken da doch einige Alarmsignale für die Sozialdemokraten mit drin. Sie bröckeln wirklich bei den Kompetenzwerten auf breiter Front, auch bei wichtigen Kernthemen wie sozialer Gerechtigkeit, wie günstiger Wohnraum. Das war ja das Thema in der Landtagswahl. Und selbst da verlieren Sie deutlich im Vergleich zu vor der Landtagswahl. Also selbst bei Ihren Kernthemen. Genau, also in dieser Umfrage steckt viel drin, wobei den Sozialdemokraten tatsächlich die Alarmglocken noch lauter angehen müssen, als sie wahrscheinlich eh schon schrillen. Ja, und last but not least, die liberalen FDP, 6 Prozent, also auch in etwa auf dem Niveau. Ja, wir haben ja immer auch Schwankungsbreiten bei einer Umfrage. Also etwa auf dem Niveau und Linke und auch sonstige spielen letztlich keine Rolle. Ja, die Sonntagsfrage ist ja auch schon immer so ein kleiner Hinweis, wie zufrieden sind die Bayern mit der Landespolitik. Wir können es aber noch genauer sagen, denn wir fragen auch immer gewisse Personalien ab. Und zwar haben wir gefragt nach Markus Söder und Hubert Aiwanger. Anfang November haben Sie einen Koalitionsvertrag unterzeichnet und Sie haben beide zugelegt. Ja. Wie kommt es? Nun, also es ist ganz interessant. Markus Söder, der ja vor der Wahl eher mit sinkenden Werten zu kämpfen hatte, hat jetzt sozusagen vielleicht ein Stück weit den Turnaround geschafft. 55 Prozent sind mit ihm zufrieden. Das ist ein Plus von vier Punkten im Vergleich zu Oktober. Bei Hubert Aiwanger sind es sogar neun Punkte mehr als im Oktober. Also beide haben gewonnen. Und ich glaube, man kann es ein Stück weit damit erklären, dass es ihnen gelungen ist, doch sehr geräuschlos, relativ schnell eine Regierung in Bayern zu bilden. Wenn wir es gerade auch vergleichen. Ohne große Krisenskanale. Also mit Berlin, was da los war. Es wurde nicht getwittert aus den Koalitionsverhandlungen. Also es lief alles sehr harmonisch, sehr schnell ab. Und ich glaube, das schlägt sozusagen positiv zu Buche für die beiden, die das ja letztlich sozusagen ausgehandelt haben als die beiden Hauptmatadore. Spannend. Da noch zum Vergleich. Also Markus Söder hat zugelegt bei Horst Seehofer, nicht nur Bundesinnenminister, sondern auch noch CSU-Vorstand, sieht es anders aus. Genau, er ist CSU-Vorsitzender, noch zehn Tage, wenn man es genau nimmt. Am 19. Januar wird er sein Amt abgeben. Und das ist sozusagen insofern ein Stück weit ein Abschlusszeugnis, was die Wählerinnen und Wähler ihm da auch ausstellen. Und das ist eher durchwachsen. Nur jeder Dritte ist zufrieden mit Horst Seehofers Arbeit. 68 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden. Es ist gleich dem Wert im Oktober. Also er hat es nicht noch mehr verloren, aber er konnte bisher auch noch nicht wieder Boden gut machen. Konnte auch nicht wieder zulegen. Also es ist auch im Übrigen in der Anhängerschaft der CSU, das ist ja auch immer ganz interessant, wenn man in die eigene Anhängerschaft reinschaut, auch da überwiegt, nicht so deutlich wie hier, aber da überwiegt auch das kritische Urteil über Horst Seehofer. Ich glaube, es sind 54 Prozent, die weniger zufrieden sind mit ihm. Also es ist alles schon auf den Wechsel ausgerichtet einfach. Eigentlich läuft alles da ganz klar auf Markus Söder zu. So ist es. Genau. Andreas, vielen Dank. Sehr gerne. Soweit mal mit den wichtigsten Ergebnissen zum Bayern-Trend. Auch vom CSU-Parteitag berichten wir natürlich für euch nochmal. Und wenn euch das jetzt zu schnell ging, alle Ergebnisse zum Nachlesen, die findet ihr nochmal auf unserer Webseite br24.de, in der BR24-App. Folgt uns gerne auch auf Facebook und auf Twitter, auf Facebook und auch im Web streamen wir nämlich zum Beispiel auch um 21 Uhr kontrovers. Da gibt es auch alle Ergebnisse eben nochmal sehr schön kompakt zusammengefasst und für euch eingeordnet. Andreas, dir vielen Dank. Ich sage danke. Euch danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.